ja Action und Katrin und Stefan wir sind immer noch im U-Bahn-Tunnel Tunnel ich habe dir ja vorhin es gesagt, da steht eine Bumse Naja, ich dachte mir, da steht eine Bumse die könnten nicht bumsen wir kommen jetzt noch eine U-Bahn-Tunnel so, jetzt muss man ich denke, wir müssen mit hier rein Öffnen Free Exit jetzt brauchen wir uns eine ganz Ruhe aufwästern und vor oben eintreten schön doof ist hier der Fire Exit oder was wird aktiviert? Hallo? Gehts Ihnen gut? Gehts Ihnen gut? Kann ich Ihnen helfen? Hier ist Radio Free Manhattan für alle, die immer noch in dieser zerstörten Stadt los haben Nanovision aktiviert oder zumindest sowas ähnliches in einem brandaktuellen und fülllich erstaunlichen Anfall von gesundem Menschenverstand wurde Cell das Mandat für New York entzogen jetzt werden Elite-Soldaten der US Marines diese Tentakel-Schweine aus unserer Stadt jagen jetzt ändert sich was Leute Einige von euch wissen es vielleicht nicht aber ihr hört gerade einem alten Semper-Fee-Mitglied zu Schockiert? Aber es ist wahr Bevor Truce Newton im fernen Ausland die Beine weggesprengt wurden war er Corporal Edward Newton vom US Marine Corps und ich will euch jetzt sagen, dass ihr euch vor den neuesten Uniformen nicht mehr verstecken müsst Was ist das? Gottvertrauen von Truce Newton? Hey! verklagt meinen beinlosen Arsch! Das US Marine Corps hat keine Aktionäre keinen Aufsichtsrat und ist nicht gewinnorientiert Im US Marine Corps dienen Männer und Frauen die geschworen haben dieses Land zu verteidigen und damit seid ihr gemeint Leute und zwar gegen Feinde im Ausland oder hier und das schließt die Neuankömmlinge aus dem All garantiert mit ein Neuesten Berichten zufolge haben die Marines in der Central Station ihr Hauptquartier und liegen überall in Mittauern in Stellung an alle in Manhattan die diese Sendung hören Falls ihr irgendwie könnt bewegt eure Ärschen nach Midtown und zur Station Wenn ihr euch beeilt habt ihr vielleicht eine kleine Chance aus dieser scheiße lebend raus zu kommen Wir spielen bis dahin zum Abschied ein wenig Musik Oh Musik Ja Tolle Musik Ich bin ja auch Er hat gesagt es gibt neue Soldaten Elite Soldaten Ah hast du wohl zugehört was er gesagt hat? Ich hab das war Spor für mich so ein bisschen so du musst gebrabbeln Ich hab da nicht so ganz durchgeblickt Es sollen neue Elite Soldaten eingespielt werden nicht mehr die alten Normalen Cell die wird die Normalen Cell Die Soldaten wurden hier anscheinend äh Da ist was Die haben sie gekündigt oder so Ähm Ne möchte ich nicht haben Es ist ein riesen Schaden Hier ist ein kleines süßes Lückchen Mit einer Nuckelflasche daneben Was ist denn das? Deshalb ist der Kontakt abgebrochen Leuchtende Nuckelflasche Ich hatte gehofft Nun wie auch immer Der Krieg fordert eben Opfer Die müssen wir alle bringen Versuchen sie ihre Scan Ausrüstung zu finden Dann würden wir wenigstens vor dem gewarnt was uns hier erwartet Jetzt weiß ich warum dieses dünn 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 gemacht hat Und zwar als das Klang 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 Fertensucher ne das ist hier verdeckte Einzelnen geworden das Die Annäherungsalarm Automatische Warnung wenn ein Feind in Nähe ist Das ist Annäherungsalarm Markiert Flugbahn Ich mach aber aber markierte Flugbahn Ich sag dem Schuss dann Ich steck mich wieder was ne Bombe gleich für die So machte den wenigstof Hast du jetzt ausgemacht Die machte du genau Die andere zu machen Die macht ja Wumm Stehe ich Hier was ist das Was? Da unten Ist das Wasser oder was? Tarnfeld aktiviert Buh Schwiss nicht Hast du jetzt das Ihhh Das sieht wirklich aus Das ist der Menschenbläger übrigens Hast du jetzt das Klang Klang auch gemacht? Das kommt jetzt auf der Eier So Einen schönen guten Tag hier ist der Vielleicht brauchst du's ja spiel Tarnfeld hat die Neidische Optionen verfügbar Ist ja nichts Neues ne So wir brauchen wir einen Taktischen Optionen mal angucken hier Nachschub aufnehmen Kante greifen zerstören der passende Kante ergreifen ja ok das war dann da ich nicht ich möchte ich bin sie nicht geteilt aus keine feinderte sind warten und es ist ein kleines Viecher gute noch als nächstes die Zürmer sagen nach oben so ist So ich bin jetzt da, ich nehme jetzt Munition auf Leute. Mitchell Reeves. Außer Tara Strickland, war er der Beste den ich hatte. Aufgrund des Feeds den ich von innen bekomme, würde ich sagen, der Sporenkreis nähert sich ruhenden Ebenen. Zerstöre die Sporenleitung. Betritt das Sporensiedel. Was habe ich nicht aufgenommen? Sporenleitung kaputt machen. Weißt du, was er damit meint? Ja, ich hab was dickes aufgenommen hier. Was dickes? Ne, guck dir mal das Ding hier an. Ist das hier? Experimentelles Gerät, sende Mikrowellen, strahl auf, ziel halten, batteriebetrieben, grind at armories. Keine Ahnung, das ist für deine Mannschaft. Na, du kannst jemanden garmen. Mikrowellen. Du kannst dir die Pizza warm machen für uns vorhin. Vielleicht findest du wieder. Bleibst du hier. Ja, ja, das ist ungezieht vorein, mein Schatz. Dörfen gar nicht hier sein. Ich bin auf den Sack. Was ist das denn? Das ist ein Cyborg halt. Das ist doch fetter, oder? Keine Ahnung. Gut? Gut, 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 gut. Bom, bum, bum, such. Ach, irgendwie sind sie doch niedlich, oder? Ja, irgendwie sind sie schon putzig. Zerstören. Zünder anzünden. Mach deinen Anzug an. Vielleicht noch ein bisschen Schutz. Nö. War gar nicht so schlimm. Nö. Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir sie in die zentrale Struktur bringen. Anhand der Pläne, die Reeves und sein Team senden konnten, würde ich vorschlagen, sie sprengen eines der Röhrensiegel und verschaffen sich über den Riss Zugang. Suchen sie nach Schwächen in der Struktur. Ich suche mal nach Schwächen in der Struktur. Ich suche mir jetzt die Schwäche in der Struktur. Richtig. So, was haben wir hier? Nach einer Schwäche in der Struktur sieht man das nicht aus. Was war das? Ey. Hat er seine Waffe hingeschüttet? Der war tot und dachte sich, den geben wir an meine Waffe. Taktische Optionen verfügbar. Immer noch. Verlassen. Plankieren. Also heißt, ihr habt mal eventuell auf etwas Böses treffen. Verlassen erstmal. Gut. Ich werde jetzt dieses Gebiet verlassen. Das sieht aus wie ein Becherhalter. Was ist das? 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 Ich muss die Haare schälen noch rein. Kriege ich gar nicht da drauf springen? Nee, das ist weggegangen. Das ist mich verbiessen! Verbiessen? Wow! Verbiessen? Wow, das wurde doch etwas explizit hier. Ich sehe jemanden. Alter Leute! Verbiere Freaks! Du musst zurück gehen wenn das anfängt zu leuchten. Ich will es nicht, ich will es nicht, ich will es nicht, ich will es nicht. Wie das hier. Junge, Junge, Junge. Ich würde mal einer sehen was das ist für eine Wumme. Wumme, Wumme. Das ist so eine Mikrowellen Ding. Ich will doch mal einen von der Nähe machen, den da. Ist das gerade die Mikrowellen? Ah, das kommt schon raus der Strahlen. Wow. 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 Der hat voll gespritzt. Ja, ne? Ich bin mir vom Stress. Alter. Passt aber rechtzeitig. Praktisch. Instinktiv. Junge sind die. Waaah. Meine Fresse. Gott verpackt. Bam, sind die knallhart du. Die sind fies, ja. Die sind richtig fies. Ah, das ist so ein Dicker. Das ist so ein Dicker. Diggi. Waaah. So. Der ist voll gegen dich gelaufen. Tiot. So, mein Freund. Wo ist der Digga? Digimon. Wie solltest du das denn näher machen bleiben? Was ist das denn näher? Bobellen gegast. Wo ist das denn jetzt? So. Ja, der ist hingefallen. Ist doch ne kleine Muschi. Ah, schon. Ja. Nee. Nee. Den hab ich auch mal anders auslöchen müssen. Ähm. Ja. Schenk. Auf Lecky kitzelt mich immer an den Füßen. Hab ich ihn? Haben. Hab ich ihn? Nee, das haben wir nicht. Doch. Es bestimmt immer noch einen. Nee, da außen noch. Ach da hinten. Warte, den können wir mal. Den können wir beseitigen. Und leuchte leiser. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, das ist natürlich irgendwas aus der Ende. 500 zu bauen. Ist dir das runtergefallen? Nee, der lebt bestimmt immer noch. So, was ist denn das hier? Nützen. Das scheint zu funktionieren. Aber sie müssen das Ganze bei den anderen Röhren wiederholen. Dann müsste das gesamte System unter Hochdruck stehen. Der nimmt das so in der Art in sich auf. Der ist bescheuert, das so. Der macht sich nur um so mehr kaputt. Nee, der hat irgendwas aufgenommen gerade. Ich muss da verlassen. Wieso wird das gehen? Also umso mehr der hier irgendwie aufnimmt, umso mehr macht der Anzug sich da selbstständig. In der Art. Kein Trollpunkt erreicht. Sehr schön. Ja, in dem Sinne macht er sich ja nicht wirklich kaputt. Ohne den Anzug wäre er ja eh schon tot. Taktische Optionen verfügbar. Immer noch, ne? Konzentration. So. So. Taktische Optionen. Neutralisieren. Nachschub aufnehmen. Flankieren. Feind. 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 Gut. Force. Okay. So. Flankieren. Ist das? Ob ich einen Nachschub habe. Ich habe nämlich keine Munizierung mehr. Er dreht sich ja. Ob man den das am machen war. Geht aber wo ich hin? Ne. 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 So. Dann treffelt es alle. Warte ich kurz. Ist es voll? Ja. So. Und jetzt werde ich. Wie im Kopf kratzen erstmal. So. Und jetzt. Es dauert denn einer. Ist das ein dicker? Diggi. Ich werde mal herunterspringen erstmal. Ja. Das könnte immer nehmen werden. Taumfeld auskost. Hoppen. Hoppen. Sieht ganz schön scharf aus. Ne. Das ist hier ein dicker. Okay. Scheiße. Das steht ganz gut. Ah. Scheiße. Der merkt dich sonst. Boah. Bam. Das ging ja mal schnell. Das ist ja kein Hindernis mehr. Ja. So. Munizieren. Sehr schön. Alles nass. Ich mach mich glücklich. Was machen wir hier schönes? Ein dicker. Das geht einfach einmal hier. So. Munizieren haben wir auch. Wunderbar. Ich komme jetzt hier hoch. Springen. Ne. Kante greifen. Gibt es da nicht sowas? Ehhh. Ja. Gehts. Hier und hier. So. Hier und hier und da. Wollen ich noch hier irgendwo irgendwo? Ich stelle da. Ich stelle da irgendwas mit neutralisieren. Scheiße. Kommt das Traumfeld aus? Scheiße. Oh. Ist aber Sprengen gehabt gerade. Sie ist auch, ne? Ja. Liegt der da? Ne. Ne. Der ignoriert mich gerade komplett. Ist auch nicht schlecht. Ne ne. Ist ja auch rückwärts. Sieht dich ja gar nicht. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich komme jetzt. Was ist das im Prinzip nicht kommen sehen? Hm? Was? Habe ich auch gesehen. Reden die miteinander oder was? Und dahint. Na ja. Die reden miteinander. Wauwauwauwau. Nein! Nein Nein nein! Oh nein! Ist dort! Ja! Nein! Das ist der Dicke! Dicke! Boom! Der hat auch so ne Ding aus. Aber in hell leuchtend. Warte nach! Oh Gott, oh Gott! Der schießt bestimmt gleich nochmal. Ha! Oder auch nicht. Junge! Aggressiv sind sie auf jeden Fall. Naja, du bist ja auch aggressiv. Die sind ja auch bösartig. Alter, Frau Walter. Hopp! Alter, Frau Walter. So, wo ist das Zeug hier? Da, 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 da! War doch was leuchtend. Da! 500, sehr schön. Da! Mhm. So. Gut. Sie kriegen den gewünschten Effekt. Aber sie müssen sich beeilen. Die Idioten im Pentagon werden in Kürze handeln. Okay. Wie im Pentagon. Pentagon. Pentagon ist ja alles ganz oben. Das ist jetzt weißer Haus. Also nicht. Oh oh! Ich bin da, wer noch. Was wollte ich denn eigentlich gerade mit dem Pentagon? Kontrollpunkt erreicht. Der kommt gerne hier so unter uns. Oh Gott! Ja. Wie soll er das überleben? Ah! Uuuaah! Was ist das denn wie ein Spiel? Ja, der ist ja normal. Ah, der stinkt! Ah, der kommt! Ah! Der da hinten ist anders. Gerade noch so. Die Kurve so klasse. Der da hinten ist anders. Der da hinten ist anders. Oh der hat ein Training. Was ist das denn? Die werden ja mal komischer. Der woher lasst er das? Hier und los. das heißt freilich hat diese tun erhalten wort auch jungen einigen munition erhält nur viel mehr davon das Ding das ist mit dem Haus das ist sie machen wir sind schon fast und das ist ein Becherhalter Der holt seine Becher raus. Der holt seine Becher raus. Die kommen so runter die Kapseln und aus den Kapseln kommen die Viecher raus. Aha. Das ist anstrengend der Turm hier. Der geht enorm weit nach oben. Hey, alter Walter. So, rater dann die Kapseln abgeworfen. Jetzt sind wir, jetzt sind wir, jetzt sind wir, jetzt sind wir. Danke. Kommt. Siehst du Urshendor? Siehst du Urshendor? Siehst du Urshendor? Ich sehe Wasserfall oder sowas. Tarnfeld aktiviert. Taktische Optionen verfügbar. Ach du Scheiße. Nest. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh oh, der sieht dich gleich. Sieben. Oh Gott, das sind so viele, alter. Ja. Warte, du aktivierst das Ding jetzt. Nein, nicht aktivieren. Nicht. Nein. Nein. Schalldämpfer? Das sehe ich nicht. Scheiße. Scheiße. Was habe ich denn für taktische Optionen hier? Scharfschützer? Nachschub nehmen. Weiß ich. Was warst du jetzt da? Nachschub. Scheiße, mache ich den jetzt. Ist die Deckung? Ja. Warten, warten, warten. Warten, warten. 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 Ja. Also sie da, sie doch. Das Bild ist, beiden sehen sich gegenseitig fast. Ich könnte es versuchen. Nicht so nah, da merke ich dich sonst noch. Die sind nämlich nicht dumm. Ja, die sind nebeneinander und das ist das Problem. Ich könnte es versuchen jetzt den... Ach, jetzt sehe ich mich nicht. Aha, der merkt sich nicht. Krass, Alter. Wie geil ist das denn? Wow! Was ist das denn? Wasserloch. Du traust ja echt da lang zu gehen. Ich hätte jetzt Angst gehabt, dass ich reingezogen werde. Was ist das? Mal runtergehen? Da kriegt man ziemlich einen Drehbaum, wenn man da reinguckt. Geht er nicht rein? Ich muss mal einen reinschubsen. Mal gucken, was passiert. Nein, ich muss da keinen reinschassen. Die können doch auch nichts dafür, dass sie so dumm, so hässlich sind. Die sind ja, die haben doch schöne Haare. So, jetzt haben wir hier... Okay, jetzt wird es interessant. Also... Wir haben... Oh, wir haben einen dicken. Gut, das heißt, wir gehen jetzt hier hin. So, Schatz, jetzt bist du gefragt mit. Wie machen wir das jetzt? Wir haben da einen und da einen. Und da einen. Denkst du immer den jetzt töten? Ne, immer den. Ne, warte mal. Wenn man den jetzt töten, könnte der sich umdrehen. Der ist aber... Ja, den, ha? Oder den erst. Der ist jetzt... Der guckt ja eh weg. Mal schaust den und den. Äh... Den und den. Der... Der hier. Weil der steht weiter hinten. Oder? Also von der Sicht hier zumindest. Vertraue ich dem mal. Ne, das bin ich schuld, wenn es falsch geht. Ach, ich krieg noch nicht mit. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn mit, ja. Wir haben jetzt jeden hier leise getötet. Der wird das nicht schuld. Das wusste, glaube ich auch. Der wird das aber ein bisschen schuld. Das kommst du nicht klar. Der wird... Waaah! Hä? Hä? Scheiß! Waaah! Das hat er gem... Ach, das ist so ein Böser. So ein dicker, fetter. So ein Rollmops. Rollmops. Kann ich den... Tanf! Ob ich den, ob ich den von hinten so machen kann? Ja, da bist du richtig gepanzert, oder? Ich weiß nicht. Du hast den einen Pfund jetzt auch am Hals gekillt, oder? War das nicht so? Oder habe ich da was verdreht? Waaah! Wاah... Waaah... 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 Wir Sith, Diplff!!! lighet, nicht, nicht, nicht! Waaah... Ich meine, kann mich so alles anhaben gerade. Wow, gerade! Junge! Hast du nicht noch so'n Boom-Ding, was hier so abschießt und dann... ...dass du immer meine Flugzeuge gemacht hast? Nee, ich hab nur... nee, ich hab nur den... den... den Strahl, Junge! Matsch! Ha! Der letzte Schuss! Nee! Doch! Ach doch! Ha! Ich glaube, da ist kopflos! Meine Güte! So! Was ist das Wahnsinn jetzt? Naja! Das waren ja nur 5 oder so... Wenn sie auf immer kommen sind, können sie so ekelhaft werden. Haben wir alle! Und du? Sterbe ich jetzt? Was jetzt? Ich geh weiter oder was? In den Turm! Meint ihr? Da will ich gar nicht jetzt nicht rein! Ne! Nein! Puh! 14 Meter steht da. Vielleicht geht das 14 Meter tief rein. Oh Gott, oh Gott. Der fällt ja gar nicht. Der schwebt ja. Mal sehen, was der Anzug alles kann. Oh Gott, das geht ja nicht. Ausgezeichnet. Erkennung, Kommunikation, Austausch. Die Protokolle sind kompatibel. Der wird immer ein dicker. Der Anzug. Jetzt leckt der Blacky mir den Fuß ab. Die alte Uschi. Hä? Sie sollten entschuldigen, Sie mich bitte. Was wollen wir aufs Klo oder was? Alcatraz, hören Sie mir genau zu. Ja. Die Entscheidung ist gefallen. Ja. Die Bomber sind unterwegs. Nein. Nichts wie raus da. Bomber? Ich habe einen Helikopter geschickt. Aber Sie müssen sich beeilen. Suchen Sie sich eine erhöhte Position. Schnell. Ist doch schon oben. Ja, deswegen ja. Ah. Das ist unten. Du gehst gerade runter. Flut? Helikopter. Flut? Ist keine Flut. Er ist bescheuert. Es kommt jetzt bestimmt gleich eine Flut. Nein. Du musst einen Helikopter finden. Ich laufe schon. Ich laufe schon. Ich laufe schon, Schatz. Ich laufe schon. 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 Das ist aber die falsche Richtung, oder? Oh Gott, da muss ich mal hin. Alter, es geht. Oh, nicht sterben. Nein. Systemfehler. GPS-Systemfehler. Ja, ist der nass geworden. Ja, ist der nass geworden. Kompatibilitätsregistrierung wird durchgeführt. Verarbeite 76%. Sperrprotokoll wird benötigt. Das sind so für Sie, Schatzs within. Oh Gott, s beer hat das mal her. Und so... Und so... Und so... Und so, du möchtest, wie war... Hast du es denn Helikopter nachher und rechte oder nicht? Ich bin ja besoffen. Ich bin ab besoffen. Na, aber hat er gar nicht gesagt, dass du tot bist. Ich bin doch am abgesoffen. Nee, du bist es bestimmt. Ich hätte bestimmt einer rausgekommen.